Ein breiter Strom ist die Memel bei Tilsit. Bis zum 22. März 1939 ist das andere Ufer litauisch. Dann kehren die drei Kreise des Memelgebiets heim ins Reich. Keine Grenze verläuft danach mehr in der Mitte der Luisenbrücke. Die deutschen Zöllner werden 20 Kilometer weiter östlich an neue Grenzübergänge versetzt.